So, vielleicht hängt es damit in der Arbeit. Ah, okay. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, weiß auch nicht. Ja, ich kann noch ein paar machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Amid. Amid brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Keine Ahnung. Diese Woche ein Jahr, der Hase. Ja, genau, ich schwöre der Amid. Immer an die Meta. Und es muss auch immer drin bleiben. Also sie dürfen nie verschwinden. Man muss sich immer zurückerinnern an die alte Meta dann. Wen haben wir? Oh. Die sind richtig gut, die Gegner. Okay. Rechts Sniper, Sniper. Von rechts war was? Er hat da seine fucking Crystals. Keine Ahnung. Hinten Sniper. Raus. Wir spielen slow. Pass auf, dass die Crystals hinter euch nicht kaputt machen. Nice. Easy. Okay. Ja, moin. Er hat zugemacht für den Rest. Ich fliege direkt in meiner Waffe. Er kommt, er kommt, er kommt. Stark. Nice, schön. Der andere fliegt da auch noch rein. Holy shit. Habt ihr. Alter. Was war das denn, Alter? Dicker, meine POV war so scheiße, Mann. Ja, ja, same. Ganz halt nur dieses... Dicker, jetzt ist so eine Kamera von oben, Vogelperspektive, Gold gewesen. Vorsicht, die haben immer noch Sniper, gell? Haben die noch money? Okay. Ja, das ist links gehen. Immer wichtig, ja. Okay, walletide. Einer low. Scheiße, da machen. Ich bin mit Bieber. Ganz fahr. Boah, ich war zufahr. Okay, die stehen da alle im Eck. Keine Ahnung, die machen total zu schauen. Schade. Warum, warum macht es so, so, war, äh, Hunter-Mili-Shit? Was meinst du für Hunter-Mili-Shit? Diese, diese Explosions-Dinger. Ich weiß nicht, da kommen immer so Hunter-Milis raus aus den Kristallen. Oh, okay, wusste ich nicht. Also das, also so sah das aus, ich check's selber nicht, keine Ahnung. Lass auf den Spot gehen, du Kammer. Ja, lass rechts gehen. Hier ist Spot, wenn wir einfach hier stehen bleiben und aimen. Fahr gehen, fahr gehen, Bieber. Er hat gesniped. Oh, was ist mit mir doch passiert? Riss steht oben drauf. Einer ist auf meinem Riss. Scheiße. Schön. Hier oben ist down, anderer slided. Geheweils von, nee, Challenge bei der Ego. Ah, Digga. Schade. Hä? Wo ist der hin? Glaube ich so, wie ich noch nie gelaufen bin. Ah, gute Idee. Einer ist Fahrlift. Digga. Einer Spawn gegenüber? Er ist ein HP. Genau das ist auch passiert bei mir. Da kommt, du kamen rechts. Nein. Ich hätte ja nicht pushen. Beide True Tap gewesen. Auch bei einer HP, die haben so eine Damage Resistance wahrscheinlich. Das ist so geisterkrank, was die machen. Jetzt nur irgendwie immer Zone spielen. Ich glaube, das Beste, die müssen direkt die Zone einnehmen. Die dürfen da nicht hinkommen. Ja. Go. Ich werde jetzt wahrscheinlich schüssen Gang hier direkt links wieder durchlaufen. Sniper, Sniper vor uns. Ja. Stark. Schön. Und drauf noch? Einer hat einen nach oben. Ich wollte left type. Bleib drauf. Hab einen noch, aber der ist da hinten. Hinten dran. Der ist links in die Ecke. Alles gut, ich bleib drauf. Ich halte es einfach noch. Ja, ich guck, ich guck. Oh, ist. Stark. Ich dachte, ich pushe den und töte den einen. Ja, war gut, Biber. Wir haben das. Okay, wir müssen direkt eigentlich in die Mitte gehen. Ja, ich komm mit dir. Nein, es connectet nicht. Nein, ich muss... Nur weil es nicht connectet hat. Keine Muni mehr. Die, aber wir können es machen. Hier, easy. Die Zone haben wir eigentlich... Müssen wir haben. Wenn der uns kein Snipe gibt. Der wird ganz links gleich einer pieken. Ganz links. Und? Das sind zwei Schritte. Nice. Letztes left. Nice. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben dreimal Freeze, dass sie uns nicht in der Bubble freezen. Ja, Dicke. Kein Problem. Okay, müssen gleich rechts gehen. Wir müssen eigentlich direkt platzieren jetzt die Bubble. Ja, ich babble gleich. Das ist ein 3-gen. Das ist ein 3-gen. Pass auf, wegen Freeze, du komm mal. Bleib hier drinnen. Waffen sie sich jetzt nicht zum Gegner mehr? Ja. Ich hab einen. Ich hab einen. Mit Deutsch. Was? Nein. Das... Was ein... Ding. Hey, wie sieht's aus? Da hab ich die Orbs nicht mehr bekommen, die anderen von dir. Oben drauf. Jump up. Ganz außen rechts. Ganz außen rechts. Jump up one. Ach, die Anger. Warum ist er nicht tot? Er hat drei Headshots bekommen. Oh mein Gott. Tapped. Einer noch. Ja, stark, Bieber. Alter, so gecarried die letzte Runde, Bieber. Good job. Krank. Stark, Alter. Keine Ahnung wie. Ich hab euch gesagt, wir machen das noch. Ich hab's euch gesagt.